Zeri ist gerade erst Release und schon haben wir den nächsten Champion bereit. Renata ist ein neues Supporter und was sie so kann, schauen wir uns jetzt an. Renatas Passive ist Druckmittel. Damit markieren ihre normalen Angriffe Gegner und verursachen zusätzlichen Schaden. Verbündete lösen die Markierung aus und verursachen damit auch zusätzlichen Schaden. Mit dem Q-Spell, Handschlag, könnt ihr ein Projektil in gewählte Richtung feuern, das den ersten getroffenen Gegner festhält. Die Fähigkeit kann dann reaktiviert werden, um das Ziel in eine gewählte Richtung zu werfen und dabei an allen getroffenen Gegnern Schaden zu verursachen. Wenn ihr mit Champions um euch werft, werden getroffene Gegner auch gestunt. Der W-Spell heißt Rettungsaktion und ist mal wieder absolut unbedenklich. Hiermit gebt ihr euch selbst oder einem Teammate ansteigendes Angriffs- und Laufstempo in Richtung von Gegnern. Die Dauer wird bei einem Takedown resettet. Stirbt der Verbündete unter dem Effekt von Rettungsaktion, stirbt er stattdessen einfach nicht, sondern kommt wieder mit vollem Leben, aber fängt im Gegenzug dafür an zu brennen und stirbt nach 3 Sekunden. Außer er macht einen Takedown, dann ist alles gut und der Brand ist gelöscht. Mit dem E-Spell, Loyalitätsprogramm, feuert Renata Chemtech-Raketen, die Verbündeten Schilde gewähren und an Gegnern Schaden verursachen und diesen verlangsamt. Die Raketen wenden ihre Effekte auch um euch herum und in der Explosion an Gegner an. Zu guter Letzt die Ulti, feindliche Übernahme. In einem sehr breiten, aber auch sehr langsamen AOE lässt Renata Gegner zu Berserkern werden, was ihnen Angriffstempo gibt und sie alles in ihrer Nähe angreifen lässt. Dabei gehen getroffene Gegner zuerst auf die eigenen Verbündeten los, dann auf neutrale Einheiten, dann auf Renatas Team und zum Schluss auf Renata selbst. Das war alles zu Renata, schreibt mir eure Meinung in die Kommentare. Ich finde sie auf den ersten Blick eigentlich ganz okay, natürlich bis auf den W-Spell, der schon Action-Level-Giga-Broke ist, aber gut. Sobald es hier auf dem PBE spielbar ist, folgt einen Livestream hier auf YouTube. Den oder das WOD findet ihr dann im angebildenden Kommentar, wo wir nochmal genau auf G-Scalings und Builds schauen. Tschüss! 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 Untertitelung des ZDF, 2020